Wenn ihr selber Fortnite spielt und mich unterstützen wollt, würde ich mich selbstverständlich freuen, wenn ihr in Fortnite im Item Shop den Creator Code Sellyville3108 eingeben würdet. Ich bedanke mich schon mal im Voraus und nun wünsche ich euch viel Spaß beim nachfolgenden Video. Jo, was geht meine Stabilisten? Willkommen zurück zu Fortnite und heute zeige ich euch, wo ihr Fortnite Nummer 5 finden könnt. Dafür müsst ihr nämlich mit dem lockeren Shuffle Emote, also mit dem Tanzlockeren Shuffle in einen Tanzclub gehen. Ihr findet diesen Tanzclub im Schneegebiet, da dürfte eigentlich jeder wissen, wo sich dieser Tanzclub befindet. Ihr müsst einfach nur dort landen, geht dann auf die Tanzfläche. Ich markiere euch schnell, wo ihr das Fortnite findet und zwar genau hier. An dieser Stelle müsst ihr einfach nur den lockeren Shuffle einsetzen und zack, werdet ihr das Fortnite einsammeln können. Wenn ihr das Fortnite dann habt, könnt ihr noch das Tanzbein ein kleines bisschen weiter schwingen, ein bisschen Party machen. Und ich hoffe euch hat das Video an sich so gefallen, wenn ja, würde ich mich selbstverständlich bei Like freuen. Wenn ihr neu hier seid, dann natürlich auch ein Abo und wenn ihr richtig krass drauf seid, würde ich mich freuen, wenn ihr die Glocke aktiviert. Also macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.